Hallo ihr Lieben, das soll nur eine ganz ganz kleine kurze Ankündigung werden, die ich vergessen habe im Vorfeld zu drehen. Tata, deswegen muss ich das jetzt hier schnell zwischen Tür und Angel machen. Und zwar hatte ich in meiner Reihenvorstellung zu Das Reich der Siebenhöfe schon gesagt, ich will mit der lieben Sina ein Hangout machen zur kompletten Reihe Das Reich der Siebenhöfe und das wird ein nicht spoilerfreies Hangout. Also dieses Hangout sollten wirklich nur die Leute gucken, die die Bücher alle komplett schon gelesen haben und die wie wir riesengroße Fangirls von der Reihe sind. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, wir wollen das Hangout an diesem Wochenende machen am Samstag um 19 Uhr. Und ja, wenn ihr Bock und Zeit habt und mit uns über das Reich der Siebenhöfe quatschen wollt, dann schaut einfach vorbei. Also wie gesagt, diesen Samstag, 14.04.19 Uhr auf meinem Kanal, Sina und ich, wir quatschen über das Reich der Siebenhöfe. Ihr könnt gerne Fragen stellen zu allem, also es muss jetzt nicht nur um das Reich der Siebenhöfe gehen, wenn ihr irgendwelche anderen Fragen an Sina und mich habt, dann stellt die gerne. Und ja, wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Und mehr gibt es eigentlich auch nicht zu sagen, außer schaut rein, wenn ihr Bock auf ein Hangout habt zu Das Reich der Siebenhöfe. Und wenn ihr das cool findet, dass wir ein Hangout machen zu dieser kompletten Reihe, schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, ob ihr sowas vielleicht generell mal zu irgendwelchen Reihen haben wollt. Weil es gibt ja noch viel, viel mehr Reihen, über die man reden kann. Also es gibt ja auch ältere Reihen, über die man mal quatschen kann, wie die Lunachroniken zum Beispiel. Oder, ich weiß nicht, das ist das Reich der Siebenhöfe, Feuer und Flut. Oder Obsidian oder so, keine Ahnung. Also wenn ihr generell mal Bock auf solche Hangouts habt, dann schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, was ihr so dazu sagt. Vielleicht auch gleich Vorschläge oder irgendwas. Ich werde mein kleines Spontanvideo an dieser Stelle jetzt beenden. Ich muss das jetzt noch schneiden und schnell hochladen, dass es online gehen kann. Und ja, wie gesagt, wenn ihr Bock habt, 14.04.19 Uhr, Sina und ich auf meinem Kanal Hangout zu Das Reich der Siebenhöfe. Allen drei Teilen. Es wird nicht Spoiler-frei. Ihr seid hiermit schon mal an dieser Stelle offiziell gewarnt. Und mehr gibt es an dieser Stelle auch nicht zu sagen, außer ich bedanke mich immer fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche und vielleicht sehen wir uns am Samstag. Bis dann. Tschüss.